Ja, diesem Track wünsche ich nur um meinen Kuchen, den ich gestern hab nicht bachen konnte, als ich hatte meine Milch, und ihr seid alle erfahren, wieso es nicht ging. Dieser Track wünsche ich nur für meinen Kuchen, also, tut mir gefallen, hört zu, ja. Gestern Abend wollte ich einen Kuchen machen, doch ich hatte keine Milch, mein Nachbar war nicht da, ich war so verzweifelt, kein Kuchen ist da, keine Milch auch, was wollte ich machen? Aldi hatte zu, ich muss nach Aldi, Aldi macht gleich zu, Aldi, Aldi macht gleich zu, ich muss nach Aldi, Aldi macht gleich zu. Aldi macht gleich zu, ich muss nach Aldi, Aldi macht gleich zu. Ich glaube, ich weiß es, Mr. Garrison. Klappe fett aus. Hey, nenn mich nicht fett, du verfickter Jude. Eric, hast du gerade das Wort benutzt? Jude? Nein, ihr meint verfickt. Das darfst du in der Schule nicht sagen, du verfickter Fett. Heil! Wieso kann ich nicht verfickt sein? Eric! Du hast schon wieder verfickt gesagt. Stanley! Ick! Kenny! Was ist denn schon dabei? Tut doch keinem weh, verfickter Fickifickfick. Du möchtest wohl zum Beratungslehrer geschickt werden. Und sie möchten wohl an meinem Sack lutschen. Was hast du gesagt? Äh, es tut mir leid, tut mir leid. Eigentlich habe ich gesagt... Sie möchten wohl an meinem Sack lutschen, Mr. Garrison. Produzier mich schnell! Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ausgezeichnet. Ich bin zu sexy für meinen Besen, zu sexy für meinen Bügeleisen, zu sexy für meinen Staubwedel, zu sexy... Ich, äh, ich konnte nicht schlafen. Ich war, äh... Zu sexy? Ich verbringe hier meine Pausen. Wenn ich da draußen rumstehe, dann will jeder was von mir. Hören Sie, äh... Hausmeister, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe Ihren Penis gesehen und Sie haben da sowas wie ein Melanom, das untersucht werden sollte. Meiner hast du meinen Penis gesehen. Gestern Abend, als Sie geduscht haben. Wo warst du da? Ich war draußen im Gebüsch. Hm. Hm? Da. Hören Sie, das war reiner Zufall, Mann. Wenn Sie aus dem Fenster gesehen hätten, hätten Sie meinen Penis gesehen. Was? Wieso? Ich habe ihn rausgeholt, während ich Ihren angesehen habe. Ich kriege eine Latte. Das ist witzig. Der Mann ist Komiker, Sally. Wieso ist das witzig? Ich kriege eine Latte. Ich, ähm, ich, ähm, ich kriege eine Latte. Ich kriege eine Latte. Ich habe es verstanden. Ich kriege eine Latte. Ich kriege eine Latte. Und ich kriege. iz.